So, willkommen zurück. Heute möchte ich mal die Herausforderungen testen oder einfach mal nachschauen, was es noch so gibt anstelle des Abenteuermodus. Ah, die kann man alle freischalten, wenn man praktisch das Spiel dann durchgespielt hat. Okay. Fangen wir mal mit dem ersten an. Okay. Geht schon los. Oh, das war schon. Na klar. 21 Sekunden. Na, er wäre doch gelacht. Na, jetzt aber. Ah, Mist. Okay, jetzt würde ich wirklich durchlaufen müssen, ne? Na, das probiere ich jetzt noch ein bisschen. Okay. 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 Okay.